Hallo, hier ist der Naik und ich muss euch jetzt etwas mitteilen. Und zwar musste ich jetzt gerade eben meinen PC aus Gründen, die ich hier nicht nennen werde, zurücksetzen. Und dadurch sind jetzt natürlich alle Aufnahmen weg. Das heißt, auch alle Spieldateien sind weg. Und das wiederum heißt, dass ich jetzt ab heute kein Projekt mehr am Laufen habe, weil, ne, alles weg. Also ich habe den PC komplett zurückgesetzt. Ich hatte jetzt keine wirklich wichtigen Dateien drauf, deswegen habe ich das gemacht. Und ja, das sieht jetzt wie folgt aus, dass ich jetzt leider hier an dieser Stelle alle Projekte abbrechen muss. Ich kann da nichts für. Der PC wollte leider nicht mehr korrekt starten und deswegen musste ich das tun. Und ja, bis da jetzt auch erstmal keine krassen Spiele mehr angekündigt sind, wird es hier wohl ab heute eine Pause geben bei der Naik. Eine etwas längere Pause, bis mal wieder gute Spiele kommen. Aber dann kann es weitergehen. Und ich hoffe, hier können wir das verzeihen. Und wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dahin. Halte die Ohren steif. Ciao, ciao.